immer diese enttäuscherei entweder gibt oder gibt nicht aber was ist das jetzt aber die golden fingers da immer sind nicht gestoppt sich heute doch noch geklappt bei 800 wollte ich raus 803 alter und der letztens nein jedes mal dasselbe käse wie viel freispiele neuner gut und was war das symbol komm jetzt aber die richtung gar nicht schlecht brutal ab geht's wer richtung gleich möchte spin verlängerung wäre das beste was uns passieren könnte oder er vollbild dort erste dreier klein zweites bin so erwisch das gern alter gleich mit dem dritt höchste symbol was gibt es 60 super schwartz of ari eine eine komm schon sind wir noch ein zweier schön die rund nix fünf spin sind wir noch komm schon noch ein schwert gönn noch ein schwert noch eine richtung wenigstens das noch mal ein dreier oben drauf noch mal 60 tage nehmen wir mit 150 haben wir schon auf dem taro stehen und ne noch ein schwert gönn jaaa zwerer richtung und noch ein schwert geil jetzt kriegen wir das zweite symbol bin ich mal gespannt was das als nächstes gibt alter latz huuuh wie viel spins achte die unendliche zahl die nehmen wir mit geil und was für das symbol k wie kerneck super sehr schön nämlich schon uuuh drei mal drei ak hier im ersten spin nach der verlängerung wie viel spins haben wir haben noch genau zehn spins jetzt uuuh noch mal ein drei ak noch mal zwei richtung fein nehmen wir alles mit nehmen wir alles mit hab jetzt keinen ich will mein leben zurück platz 9 oh nochmal drei ak siehst du man muss ich nicht beleuchtet und lebt er oh der gucken wir uns nochmal eine steine rüstung voll ist oder was oh wow wow näh 250 tage vierer richtung alter brutal brutal am besten jetzt noch eine weitere verlängerung dann ist das ding top dann ist das ding top hier brutal wahnsinn 450 haben wir schon auf dem tacho komm da ist noch was drin da ist noch was zu holen oh boah nochmal drei errichtung drei ak schmerz 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 nochmal 60er oben drauf mit den errichtungen und nochmal drei ak hier super 500er marke haben wir auf jeden fall geknackt schmeckt gut zwei spins haben wir noch am besten wäre jetzt noch eine verlängerung drei ak zwei errichtung noch einmal im vorletzten und der letzte spin hier vor uns meine freunde ich hoffe der verlängert hier im letzten spin der würden beim wurscht gelten schön dass du da bist bro herzlich willkommen gönn gönn nochmal zwei errichtung hier zum abschluss gut nehmen wir mit 550 tage haben wir hier abgeräumt sword of cards endgültig hat er uns dann doch reingelassen und bezahlt glücklicherweise gut